So, wir sind jetzt abgereist von Veneda auf dem Weg nach Gavidas. Die Sonne geht gerade unter, muss man noch ein bisschen aufnehmen, bevor wir zum Abendessen gehen. Da ist ja fast so normal auf unserem Balkon auszusehen. So, wir sind jetzt abgereist von Veneda auf dem Weg nach Gavidas. So, wir sind abgereist von Veneda auf dem Weg nach Gavidas. Ja, leider setzen sich jetzt so ein paar Wolken davor. Das ist immer nicht genau, wie die in mir verdammt versinkt. Na ja, vielleicht haben wir noch mal die Plans. So, wir sind jetzt abgereist von Veneda. So, wir sind abgereist von Veneda auf dem Weg nach Gavidas. So, wir sind abgereist von Veneda auf dem Weg nach Gavidas. So, wir sind abgereist von Veneda auf dem Weg nach Gavidas.